Musik Spielt ihr das regelmäßig? Ich glaube heute seit langem das erste Mal wieder, aber für Andi reicht's. Ich bin erstmal geschockt von seiner Aussage und ich glaube ich habe seit 16 Jahren nicht mehr gespielt. Zwei! Musik Oh ja! Da kommt er! Musik Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Das Spiel wird annulliert. Die Kugel wäre sonst wo hingeräumt, wenn sie sich aufgehalten wäre. Das macht ja keinen Sinn das Maßband, wenn die Kugel auf halbem Weg aufgehalten wird. Super! Der Gewinner stellt fest! Das ist die Kugel! Ein kurzes Siegerstatement? Ja, ich habe eben schon gesagt, gegen Andi reicht das auf jeden Fall und das hat es natürlich bestätigt. Das ist die Kugel. Das ist die Kugel. Das ist die Kugel.